Ich bin Diego. Ich bin... Gomez. Wer ich? Wenn du meinst. Oh. Wer ist Gomez? Du bist der oberste Erzbaron. Der Boss des alten Lagers. Der mächtigste Mann in der Kolonie. Warte mal, ich bin doch noch immer... Nein! Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez Leuten anzuschließen. Bitte was? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkt... Kannst du mal bitte einen Moment die Klappe halten. Ich bin kein Ork-Söldner. Und ich hoffe, ich bin nicht umsonst gekommen. Sonst gibt's was aufs Maul. So. Was willst du? Ich will ein großer König-Gott werden. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Ich glaube nicht, dass ich das will. Wie du willst. War nett, dich gekannt zu haben. Dein Geschick im Umgang mit Brüsten ist schon besser geworden. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Warte mal. Was?